ja hallo und herzlich willkommen liebe anime serienfreund vielen dank dass du dieses video hier angeklickt hast in welchen ich dir nun gleich im anschluss an dieses intro detailliert das zweite volume der zweiten staffel von konno super präsentieren möchte und du kennst das ja typisch von meinem kanal sind bereits jetzt schon alle wichtigen infos für dich zu diesem release hier eingeblendet und wenn du das ganze noch mal in ruhe nachlesen möchtest bitte ich dich schau einfach in die infobox unter dem video rein da sind auch alle nötigen links wenn du das jetzt gleich kaufen möchtest für dich noch mal verlinkt niedergeschrieben und ich würde sagen als kurze einleitung reicht das an der stelle und ich wünsche dir nun viel spaß im anschluss mit dem unboxing part ja und nun geht es los mit dem unboxing und wir sehen hier schon links im bild die vier postkarten die im media book enthalten sind und natürlich zu unserer rechten seite das media book selbst und nun kommen wir selbstverständlich als allererstes zum flyer ihr kennt das spiel sonst vergesse ich das der ist übrigens lose über das media book drüber gelegt das heißt keine klebepads etc der viertelteil sieht dann wie folgt aus da kann man nicht viel zu sagen auf der unteren seite haben wir dann die angaben zu den einzelnen episoden die hier enthalten sind und wenn wir das komplett sehen dann von der rückseite sieht das so aus wieder so ein leichter werbecharakter ähnlich wie bei den anderen flyern wir haben hier oben im viertelteil eine grafik diesen blauen balken links im bild sind dann drei scene shots zur serie finde ich nicht schlecht von der qualität her obwohl sie halt sehr klein sind wir haben dann hier noch etwas rechts versetzt den beschreibungstext worum es geht und da unten befinden sich die informationen halt was alles so enthalten ist das habe ich euch ja eben schon gezeigt und ein wenig weiter unten so im augenfreundlichen orange auf weiß dann die angaben zur blu ray selbst ihr kennt das spiel bild anhalten durchlesen wenn euch das interessiert und das wäre es an der stelle mit dem flyer und gleichzeitig auch zur übersicht und jetzt kommen wir als nächstes zum media book ja und wie bereits eben angesprochen geht es nun weiter mit dem media book und wenn ich das hier hoch nehme seht ihr schon dass es etwas am glänzen ist das ist selbstverständlich ein hochglanz media book und von der nähe schauen wir uns das jetzt mal in ruhe an das sieht richtig cool aus vom design her die farben sind wirklich satt und kräftig die kontraste das passt das design ist cool bloß hier finde ich es ein wenig stören dass diese kleine karikatur hier mitten drauf auf der rüstung sitzt sieht ein wenig befremdlich aus hier geht das noch weil das so extra ist aber das ist vielleicht nur mein persönlicher geschmack der hier nicht so ganz getroffen ist ihr könnt natürlich auch gerne eine andere meinung haben von der seite sieht das ganze dann so aus da haben wir hier ganz wunderschön groß lesbar konno super 2 und auch den vermerk auf das zweite volume und von der rückansicht sieht das dann so aus haben wir auch wieder hier diese zwei kleinen mini karikaturen und auch hier ist das wieder von der bedruckung satt kräftig farbenfroh und wunderbar umgesetzt hier ist ein cooles bild also ich finde das richtig cool von der qualität her ist es auf jeden fall sehenswert und ihr kennt das spiel hier ist auch wieder ein dickes media book am start weil wir hier nur ein tray haben aber das sehen wir gleich im innen teil wenn ich das ganze aufmache nach einem ganz kurzen cut ja und nun schauen wir uns natürlich noch das media book von innen an schlag dazu das booklet einmal komplett rum wir sehen hier drüben schon auf der rechten seite die blu ray mit diesem design die geht fast nahtlos in den hintergrund über deswegen hole ich sie mal hier etwas näher ran und ihr seht schon ja der kontrast ist wirklich jetzt suboptimal für mein video und ihr müsst auch höllisch aufpassen denn der druckpunkt ist sehr straff gewählt für die blu ray um die hier rausnehmen zu können und dann sehen wir hier im hintergrund dieses ich habe schon mal so genannt deswegen sage ich jetzt an der stelle auch wieder teppich design wir haben hier hinten drin noch einen schriftzug ich hoffe den kann man gut lesen die plastik trübt das hier nur ganz minimal also sie ist relativ unaufdringlich und das ist ein nahtloses design so wirkt es jedenfalls wir haben hier wenn mich nicht alles täuscht denselben aufdruck noch einmal bis auf hier den vermerk 2 und kono super 2 book das booklet ist übrigens zweimal getackert das kann man hier sehr gut erkennen und natürlich wie bei den anderen media books hier auf die rückseite komplett aufgeklebt und nun schauen wir uns noch das booklet an ja und weiter geht es nun mit dem booklet selbst das ist identisch mit den anderen media book veröffentlichung von kono super das heißt wir haben hier leicht glänzendes sehr weiches hochwertiges papier und man blättert das ganze immer nach rechts um und der aufbau ist auch hier wieder gleich geblieben das heißt wir haben hier die sogenannten character designs der einzelnen figuren und ihr könnt gerne jederzeit das video an einer stelle anhalten euch das man ruhe anschauen mit ich das hier zügig durchblättern kann so und dann haben wir diese designs richtig schön von der verarbeitung her die zeichnung sehr gut erkennbar die farben und kontraste sind super wie gesagt ähnlicher aufbau gleichbleibende qualität nur für fans von viel text wird hier weniger was geboten aber das seht ihr ja selbst das beschränkt sich hier auf die einzelnen namen und so ganz kurze beschreibungen dazu aber wenn das halt gefällt da kommt ihr voll auf seine kosten und ja es kommt gleich noch etwas freizügigeres ich hoffe da kriege ich keine probleme mit youtube aber titties sind halt nicht zu sehen sondern ja genau ihr seht ja selbst hier die gute frau hat natürlich noch was vor der brust deswegen denke ich mal müsste das auch so passen richtig cool gemacht und jetzt kommt zum guten abschluss gleich ja jetzt kommt das wieder typisch die einzelnen locations mit etwas beschriftungstext auch hier hält sich das in grenzen mit dem text ihr seht das ja selbst aber auch hier sind die grafiken die hier gewählt wurden richtig cool auch von der qualität her kann sich das durchaus sehen lassen obwohl sie teilweise etwas klein sind muss ich sagen aber dennoch ihr seht es hier selber ist das vom aufbau her richtig cool und ich glaube ja das war die letzte seite denn wie bereits erwähnt ist das hier komplett auf die rückseite oder auf die erste seite vom media book aufgeklebt ja und somit wären wir an der stelle durch mit dem media book und kommen nun natürlich noch last but not least zu den vier postkarten ja und wie bereits eben angesprochen kommen wir nun zum guten abschluss nämlich zu den vier postkarten die sehen dann so aus wir haben hier auf der rückseite deswegen zeige ich das mal ganz kurz im schnelldurchflug immer farbige rückmotive ansonsten sind die ähnlich von der aufmachung her da muss ich jetzt nicht näher darauf eingehen aber was natürlich wichtig ist in die front motive und die postkarten sind übrigens auf ich würde mal sagen so seiden matten karton weil es ist schon relativ dick es ist kein papier mehr schon eher karton aufgedruckt und die qualität kann sich definitiv sehen lassen wir sehen auch hier wieder dass die farben und kontraste sehr gut gewählt wurden man kann alles sehr schön erkennen und auch die gewählten motive finde ich ansprechend teilweise richtig lustig gemacht coole szenen und hier ist auch richtig schön farben prächtig ich hole das mal hier näher ran ist besonders schön geworden finde ich und das ist die letzte postkarte coole sache dem frosch es ist geil ja das wärs zu den extras und somit wären wir an der stelle natürlich auch durch mit dem unboxing zu konno suba der zweiten staffel dem zweiten volume und ich würde mich freuen wenn ihr dennoch bis zum auto dran bleibt das kommt nämlich jetzt ja und somit wären wir dann wieder durch mit dem unboxing zu konno suba der zweiten staffel dem zweiten volume ja und du hast es gesehen ja ich habe mich dann letztendlich doch dafür entschieden an entsprechender stelle die zensurschere anzusetzen weil wir wollen ja nicht böse geister herauf beschwören youtube ist da manchmal sehr unbarmherzig was so nackte tatsachen angeht und ich hoffe du bist übrigens nicht unbarmherzig sondern gibst dem video gerne ein däumchen nach oben wenn es dir dann irgendwie weiter geholfen oder gefallen haben sollte und vergiss auch bitte nicht falls noch nicht geschehen diesen kanal unbedingt zu abonnieren und das glöckchen dabei zu aktivieren um kein weiteres video mehr von diesem kanal hier zu verpassen und wenn du etwas mehr zeit haben solltest dann würde ich mich auch sehr darüber freuen wenn du mir etwas feedback in die kommentare schreibst und ich wünsche dir noch viel spaß auf meinem kanal vielen dank dass du das video bis zum schluss angeschaut hast und habe noch einen schönen tag oder abend je nachdem wann du hier reingeschaltet hast dein movie fan 1982 bedankt sich nochmals fürs einschalten mach's gut ciao